Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal, wie ihr sehen könnt, eine Runde Gym Simulator. Und ich soll Inventar öffnen. Werkzeugmenü öffnen. Aha. Besen entsperren. Was für ein Besen? Wo bin ich denn hier überhaupt? Achso, ich soll ja da hinten hin. Nee, warte mal. Besen, da, Besen. 25 Meter. Ah, muss ich jetzt sauber machen, oder was? Ja, da mache ich mal sauber, ne? Besen. So, sag mal, macht man das eigentlich mit einem Besen weg? Egal. Ja. Unser Gym wird das beste Gym der Welt. Hoffe ich zumindest. Also, das habe ich jetzt hier alles weggemacht. Ja, oder? Hand, genau, Hand. Schraubenschlüssel freischalten. Da muss ich nach dort hinten hingehen. So, Bett und Mülleimer verschieben. Ja, das mache ich. Nee, ich will nicht schlafen gehen. Oh, jetzt gehe ich schlafen. Ah, da bin ich ja wieder. So, äh, ich wollte das verschieben. So. Und dann zum Nehmen, ja. Ja, wohin soll das denn? Wo soll denn mein Bett hin? Warte mal. Aha. So, mein Bett kommt. Hier hinter. So. Sportausrüstung kaufen. Daddy's Gym. Ey, die gehen ja alle hier rein. Ähm. Sorry. Was ist mit Ihnen falsch? Egal. Ähm, wir sollen jetzt, ähm, einkaufen. Wo ist denn der Laden? Äh, 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 äh. Ist der hier? Nee, das ist kein Gymladen. Wir gucken einfach auf der Karte. Basar, äh, 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 äh ja in der vollversion enthalten wir können tatsächlich das kaufen das kaufen egal die was negativ an kaufen einfache beinpresse ist auch gekauft brustpresse sportausrüstung kaufen ich habe aber kein geld mehr sportausrüstung zählt das auch zum dicken links zu oder muss ich jetzt noch mal in anderen landen wollen markt gehen wir einfach mal zum maulmarkt muss ich hier lang und wo dann nach links nach dem markt ist das ist der markt ich gucke mal kurz ob sie das meinen das ist es nicht okay bei der bank wo ist die bank ich kann es auch so schon öffnen okay die bank ist direkt hier neben das ist die bank hallo bank darlin aufnehmen 5 prozent sind sie werden angewendet wenn die schulden nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden aber kann aber nur 800 abbezahlen da habe ich noch geld auf meinem unterstand prüfen die beschlagnahme des benutzer verwendungsschaden wenn der weg ja ich kann doch sein moin kollege moin moin hallo er läuft einfach durch mich durch okay so wir stellen dass wir einmal dahin dass wir einmal hierhin das drehen wir einmal mit kuhn ja jetzt muss schon so herum oder keine ahnung ich stelle es einfach so hin wie es so perfekte wird dann einmal hier noch so ein paar bilder sagt so schild umdrehen ja das machen wir so broschüre kaufen was ist denn eine broschüre ach so sind das jetzt diese bilder die der mein ich habe doch gar kein geld dafür egal warum soll ich mein inventar schon wieder öffnen warte mal bank haus partyhaus musik warum gibt es eigentlich musikgeschäft das ist ein gym und keine musik hier wollte ich einfach poster 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 farbroller hammer egal mülleimer habe ich stuhl brauche ich auch nicht regal brauche ich auch nicht was meint der mit broschüre kaufen vielleicht hier bei meinem computer hier wo schön tatsächlich bin mal einfache broschüre qualitäts das okay wir kaufen einfach mal das günstigste ah und die sollen wir jetzt verteilen ich verstehe moin hallo verfasst sich in ich bitte nicht so verzweifelt alter zeig mir den weg lass mich dir den weg zeigen stop wir sollten den brüllenden kunden sofort rauswerfen wer brüllt denn hier gibt hier die breite ich möchte mitgliede gibt preis und ich verstehe mitgliederschaft dies ist dies ist das mitgliedschaftspende sie können den mitgliederbeitrag den sie ihre kunden anbieten möchten durch verschieben des schieberregals anpassen denken sie daran je höher sie den preis ansetzen desto eher will der kunde anbieten ich verstehe drei tage mitgliedschaft fünf tage mitgliedschaft kunden werden ihre mittelgeschäft automatisch verlängern wenn sie dies nicht wünschen können sie dies dann kommt nicht mehr geabreden ein und ausschalten ja wir machen hier so da zack da zack so bestätigen ich möchte die option für sieben days aussehen mir ist eingefallen dass wir kein platz ich nehme das angebot an so ich möchte in barilin brulee da nun muss wie immer so viel verkaufen sind bei ihm für sieben und wo sie verkaufen keine eleganten nahrungsergänzungsmitteln die machen ja nur dreck ich möchte mitglied werden ich gebe dir die preisliste könnte ich eigentlich so lassen mir das angebot an so ok jetzt gucken wir mal kurz hier an instagram die wartung der ausrüstung ist angehaft viele geräte sind in einem schlechten zustand die musik wieder gab es schrecklich bei solchen uninspirierenden klängen kann ich nicht trainieren wobei hier ist gar keine musik mit der budget kann man nicht ausrüstung das brauche ich ja ist ja auch alles voll wer schreit denn hier exzellent nach 20 euro sind keine kunden mehr da ok los hopp hopp hier warum ist hier ein rucksack ich habe einfach einen rucksack eingesammelt habe ihn einfach geklaut ähm ma'am alles gut hallo ja ich glaube ihr geht es wieder gut komm ich da nicht rein oder was egal so warte mal ich kann hier den mülleimer kurz entfernen rein mit dir also hier wollen wir es kaum ich werde mitglied werden ja bestätigen ähm roschüre ausländigen ja das mache ich doch gleich hallo ah jetzt geht es jetzt geht es ihnen wieder gut die machen ja ja boxhandschuhe die machen ja hier übelst viel kaputt äh dreck ich meine ich so muss hier irgendwas repariert werden drückbank zum entfernen so jetzt ist sie wieder bei 100 bei 100 100 100 und 100 so jetzt habe ich hier einmal alles repariert für den nächsten dach zack den müll habe ich auch entfernt oh geld geil so gut dann gucken wir doch mal was wir jetzt hier noch machen können können gleich mal in den musikladen tatsächlich gehen ähm ja broschüren habe ich ja jetzt gekauft ähm wir sollten aber dass ich noch mal mehr fahre dingsen hier moin moin hallo alter zeig mir den wien lass mich dir den weg zeigen so spät kommen keine kunden mehr komm später vorbei ich werde später vorbei rum ich werde auf dich warten so ma'am bleiben sie stehen verfallst dich ich bin nicht so verzweifelt ähm dann halt sie alter zeig mir den weg komm später vorbei ja so dann sie hier auch gut dann halt nicht so aber sie sie sind doch sportlich oder alter zeig mir den weg ja komm später vorbei so zack so jetzt brauche ich nur noch drei hallo verfest oh junge dann halt nicht sie sie wollen doch trainieren oder hallo ich will ah du kannst komm später ich werde später vorbeikommen okay so ein noch einen dann okay ich bin fertig leute wenn euch das video gefallen hat lasst gerne like ein abo und kommentar da schaut außerdem auf meinem disco server vorbei der ist unten in der video schon verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt ein traumhaft tag haut rein und euer sandro und tschau tschau euch alles bis abonnt bis zu bis bis Untertitelung des ZDF, 2020